Kilian Pfeffer in Berlin, um das nochmal zu verstehen, um welche Vorwürfe gegen Habeck geht es da? Also im Kern geht es um die Frage, ob die drei deutschen Atomkraftwerke länger hätten laufen können im Winter 2022, 2023, also in den Streckbetrieb gehen, als man die Energie dringend hätte gebrauchen können. Ja, das wäre möglich gewesen, schreibt das Magazin Cicero. Cicero liegen Unterlagen vor aus dem Umweltministerium und dem Wirtschaftsministerium und es formuliert ziemlich heftige Vorwürfe, nämlich Fachleute der Grünen hätten getrickst, manipuliert, getäuscht, indem sie behauptet hätten, eine solche Verlängerung sei sicherheitstechnisch nicht vertretbar, obwohl es eben möglich gewesen wäre. Wie sind denn jetzt die Reaktionen nach dieser Sitzung? Ja, also Minister Habeck und Ministerin Steffi Lemke weisen die Vorwürfe zurück. Der FDP-Energieexperte Kruse sagt, man habe jetzt neue Unterlagen erhalten und die werde man jetzt intensiv prüfen. Das ist alles andere als eine Entlastung. Und die Union bringt einen Untersuchungsausschuss bzw. einen Sonderausschuss ins Spiel, wenn es nicht gelingt, alle Vorwürfe zu entkräften. Minister Habeck hat jetzt Offenheit und Transparenz bei der Aufklärung zugesagt. Aber man kann schon festhalten, die Sache ist weder für ihn noch für Ministerin Lemke ausgestanden. Danke, Kilian Pfeffer nach Berlin.